Tagsüber denkt man sich, es ist rum und nachts. Hey, Kinders! Was geht bei euch? Ich hab mich wieder erkältet. Man hört so ein bisschen, oder? Man hört meine männliche, krasse Männer. Stimme! Ich wurde gedownrankt, einfach so über Nacht. Ich hab hier so eine Nachricht gehabt, oh, das hat mal wieder jemand aus deinem Team gecheatet. Verfickt doch mal, was macht ihr die ganze Zeit? Ich hatte da nur noch 57 oder 56 Wins, hab da noch einen Win geholt, ja? Geh offline, komm am nächsten Tag online. Grund Nummer 2! Einfach so im Spaß, weißt du? Im Spaß. Ich denk mir halt gut. Hör mal, hör mal zu. Guck mal, was ich von Siegbert Schlösel bekommen hab. Siegbert Schlösel in der Verlinkung beschrieben. Weißt du was? Voll eine coole Waffe und so. Factory New ist die. Die ist fast 2 Euro wert, weih. Damit geh ich auf den Bazar und kaufe ein Pferd. Man hat natürlich ein Kamel, man muss Lava stöten. Was ist denn los hier? Vielleicht nehm ich noch das 2 mit rein. Ich frag mich, was es geworden ist. Willkommen auf das 2. Vielleicht kann ich die neuen Maps spielen. Ich hab schon wieder so ne leichte Vorahnung, dass es scheiße wird, Mann. Aber ich hab schon wieder ein bisschen was für euch gemacht. Und zwar, ich hab meinen Steam-Account aufgelevelt. Ich bin jetzt Level 20, das heißt, ich kann jetzt wieder 10 oder 15 neue Leute annehmen. Also Freundestechnik. Ich hab meine Steam-Liste vergrößert, meine Freundesliste. So, kurz wieder entmuten die Hunde für den Kinder. Es ist schon wieder scheiße, was hier passiert, Mann. Er drückt auf seinen Sprechknopf, um zu husten. Ich hoffe, dass die Verschissenen vollidioten vollcarrieren. Leute, das ist eine verkackte Runde. Ich bin krank. Ja, ich hab schreckte Laune. Verstehst du mich grad? Ja. Sie sind jetzt gemutet. Warum kann man nicht einfach sowas einführen, dass man im Spiel, wenn man das spielen will, seinen verschissenen Personalausweis irgendwie einscannen muss, dass wenigstens keine verfickten Kinder mit einem spielen. Da ist noch maximal 5 gewesen. Gluccia, Buccia, Wuchi, Wuchi. Also, immerhin hab ich alle schon mal gemutet. Das heißt, ich kann jetzt ganz genüsslich alleine einfach die ganzen Runden holen und die eben carryen. Wow! So, Kinder. Fatih, leg mal die Bombe. Yeah. Ich mein, dass man mit Russenspiel oder anderen Wärtigen, also anderen Ländereien beteiligt sind bei so einem Spiel. Ist nicht schlimm, weil es sollte durchgehend, durchgehend englisch gesprochen werden. Immer, immer, immer. Oh! Es ist so schön! So, ihr kleinen Kinder, lass mich hier mal ein bisschen regeln. Geh mal zur Seite. Mate, du bist der, hä? Alter Verwalter, Mann! So läuft's, verstehst du? Hier muss ich halt wieder carryen, ne? Ist klar, natürlich, die Russen, äh, können das so nicht. War schon schön, ich weiß, Leute. Aber jetzt nicht so eskalieren. Mädels, lassen wir die Klamotten an. Jungs, ähm, ja, auch. Weil der Tag ist noch nicht vor dem Abend, äh, ein Stück Brot zu schneiden. Ne? Ja! Ja! Sehr schön von hinten. Oh! Schön so richtig in den Anus rein, ja? Mit der Faust, weißt du, so. Verstehe ich? Ist aber nicht schlimm. Denn Onkel Willy Wonka ist ja auch noch am Start. Machen wir noch eine saftige Ecke, oder? Männer, komm. Ja, noch 22, happy! Es ist ja wenig bis gar nichts. Aber naja, wie gesagt, Level ist erhöht. Ihr könnt mich weiterhin anfragen. Ich nehm euch auch schön an. Guschel ist, äh, auch am Start, ja? Minecraft-Server ist am Start. Leute, ran an den Speck. Giveaway endet am 5. Also, nochmal schön mit's mitmachen. Ist angesagt, ja, mitmachen. Ich hab bald 3000 Abonnenten, also schön weiter hier, äh, werben, ja? Teilen, genießen, äh, ist klar. Das Schlimmste an Erkältung, das Schlimmste, oder? Da kann wirklich niemand sagen, Das Schlimmste sind die Nächte. Tagsüber denkt man sich, es ist rum. Und nachts, noch 9 Sekunden. Ey, ich kann, ach, nack, fach, fach, fach. Ey, Leute, schwach. Oh, die Russen haben Beef, die Russen haben Beef. Womit drohen eigentlich Russen? In so einem typischen, also so stereotypischen, äh, äh, Fuck! Die Deutschen sind immer die, ich hol meinen Anwalt. Bei den Türken ist immer, ich hol meine Brüder. Und was haben die Russen? Die Russen holen niemanden. Die machen dich so fertig, Mann. Die machen dich fertig! Er hat meine AWP geklaut. Dieser abgeranzte kleine Hund mit seiner kleinen, mit seiner kleinen Kacke. Nimm mal scheiß, nimm mal kurz die Kackbombe. Ich musste mal eben noch ein Hühnchen mit dem AWP klauer da rupfen, gell? Oh, scheiß drauf, Mann. Ja, block mich, Mann! Der ganze Rush ist für den Arsch! Vielen Dank! Du abgeranztes Stück Torte, Mann, warum? Warum? Du Sohn deiner Mutter! Na, immerhin bin ich Bester, ja? Okay, Leute. Ultra, Pultra. Seid ihr dabei? Ich hab euch was gefragt. Seid ihr dabei? Ja, okay. Achtung, Alter. Ich raste jetzt richtig, Mann. Hallo, ich warte hier kurz, dann fick ich's dann. Achtung, Vierzig nur! Fick! Leute, schlechtestes Spiel seit langem, wirklich. Es macht schon noch Spaß, aber auch nicht. Ja, du Pisser jetzt! Hat deine Mutter schön nen Kuchen für mich gemacht! Ich hab seine AWP! Brr, komm, lass mal die Bombe holen. Alter, wie hab ich blockt, Mann! Das weiß doch keiner, dass die... What? Nice, Mann. Oh, mein Gerd! Blocken ist ein bisschen eine Tore, da geh ich halt woanders hin. Und zwar in die Anarchie. Wow! Du Dödel, Mann! Ich wusste genau, super, Mann! Ich treff ihn volle Pulle! Alter, haltet doch bitte! Einfach ab 18 die Sachen. Und am besten noch ab 21 oder komm, mach 28 draus. Dann kann ich in drei Jahren spielen. Und dann hat man aber auch seine Ruhe. Versteh ich? Die ganzen Jünglinge können ruhig Kott spielen. Aber das Kott ist frei! 3,90 hab ich ihm gegeben. Warum auch nicht? Äh, Pech wird bei mir ganz groß geschrieben morgens. Ich lass mich grundsätzlich erstmal von einem Auto anfahren. Damit einfach mein Pechlevel auf so einer gewissen... Auf dem Zenit praktisch, wenn man so will, muss es sein. Sonst macht's kein Zinn. Jeehu! Na, 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 na! Fuck! Yeah, Pech, jeder hat einen Star. Schön ohne Kind. Wissen Sie was, er hat's fast geschafft. Hätte er nicht wie ein kleiner Hurensohn noch sich umgeschaut, obwohl niemand mehr da war. Dann macht man einen Tab auf. Aber gut, ich kann doch nichts dafür, was seine Mutter hauptberuflich macht. Schaffen wir ein Comeback? Nein! Nein, schaffen wir nicht, weil du scheiße bist. Und du? Und du! Du nicht! Du nicht! Du nicht! Aber der Rest! Sollte sich heute Abend auf jeden Fall mal möglicherweise den Gedanken durch den Kopf gehen lassen, sich eine Kettensäge in den Anus zu rammen. So als gute Nacht, Trunk. Tja, meine Lieben, das war's auch schon wieder hier von Counter-Strike Global Offensive. Ja, hat Spaß gemacht, muss ich schon ehrlich sagen. Eigentlich nicht, aber naja. Aber ich hab ne Kiste bekommen. Gut. Immerhin ne Kiste. Ja. Naja, auf jeden Fall Daumen nach oben geben, denn für schlechten Content muss man gerade, gerade weil das schlechte Content ist, muss man auch mal schön den Daumen nach oben geben. Ja. Äh. Dann werd ich auch schneller gesund. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschööööö. Bis zum nächsten Mal.